Warte! Puh! Okay, das war die Stelle, an der ich gehangen bin. Jetzt haben wir es beim dritten Versuch, würde ich sagen, geschafft. Und jetzt können wir das hier wieder öffnen. Yay! Was man eigentlich nicht alles tun muss, damit hier die Leiter runterfliegt. Ich wette, der Prince of Persia oder der Typ bei Assassin's Creed hätte darunter hochjumpen können. Und das ohne Probleme. Ja, egal. Postkarte! Sie hielten an, und mitten in der flackernden Dunkelheit, müde und zornig, begleitet vom triumphierenden Gemurmel des Waldes, begannen sie Danko anzuklagen. Du, sagten sie, bist ein gemeiner Schuft. Du führtest uns bis zur Erschöpfung, und dafür wirst du sterben. Ihr habt gesagt, führe uns, und genau das tat ich, schrie Danko und stellte sich ihnen entgegen. Ich habe den Mut zur Führung, und deshalb habe ich euch den Weg gewesen. Aber ihr, was tatet ihr, um euch selbst zu helfen? Ihr ranntet drauflos und wusstet nicht, wie man sich die Kräfte für einen langen Weg einteilt. Ihr seid gelaufen und gelaufen, wie eine Schafherde. Aber diese Worte machten sie nur noch zorniger. Na gut, äh, ich hab mal keine Ahnung, was in der Story überhaupt abgeht, aber ist mir auch egal. Ich hätt's nicht so ahnen sollen. Okay, die Story ist mir total, äh, die Story ist total interessant und so, äh, und wichtig für den Spielverlauf. Und, äh, interessant vorallem ist sie nicht! Die Story ist scheiße! Okay. Das war ein Cryostasis-Macher. So. Ich wette, wir werden gestorben, wenn wir da runtergestammt werden. Like a pussy. Wir müssen uns irgendwie werbeln jetzt. Hm, wie machen wir das jetzt am besten? Da oben ist der Lampe, aber da müssen wir wieder hochklettern. Wobei, die Lampe ist hier erloschen. Können wir das aktivieren? Jupp! Und jetzt? Aha! Na gut, das ist nicht so, so warm. Das ist eher lauwarm. So, hier geht's weiter. Die Frage ist... Na gut. Ah, wir können uns wärmen. Sehr schön! Okay, nichts weg von diesem Ort. Ich will ihn nie wieder sehen. Gut, jetzt sind wir hier oben, da wo vorhin der Big Boss kam. Ah! Wo kommen die Viecher nur alle her? Der ist gerade aus dem Eis gekommen. Ich will's doch gar nicht wissen. So, wir sind storymäßig schon... ...recht weit, würde ich sagen. ...ungefähr die Hälfte, habe ich ja schon mal gesagt. Aber jetzt bin ich mir sicher, dass wir ungefähr bei der Hälfte sind. Mindestens. So... Hm... Was ist denn das eigentlich? Ist das ein Spawner? Ein Eis-Zombie-Monster-Spawner-Dingens. So, und wo sind die Moos-Steine? Wo ist der Spawner? Na gut, der Spawner ist hier. Aber wo ist die Moos-Steine? In jedem Bandschnitt sind da Moos-Steine. Okay, ich habe sie wie Minecraft gespielt, ich weiß. Okay. Und wir haben mal wieder keine Motionen mehr für die Waffe. Ich glaube, die setzen mir etwas zu häufig ein. Das heißt, wir müssen wieder Ersatz schaffen. Na gut, laden wir die gleich nach. Und da liegt Munition für diese Waffe. Und wir haben nur noch einen Schuss für die Waffe. M, 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 M... Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Hier ist sie. Okay. Noch mehr Munition. Ich freue mich. Munition ist immer gut. In jedem Ego-Shooter ist Munition gut. Also ich kenne keinen Ego-Shooter, wo Munition scheiße wäre. Falls ihr eins kennt, das könnt ihr ja im Kommentar schreiben. Okay, hier ist es kalt Ach ne Der hat ne Waffe Der Typ hat ne Waffe Pass halt auf, worauf du schießt Idiot Oh verdammt Das, äh, fällt sich so an, als würde es jeden Moment hochgehen Können wir das nicht irgendwie abstellen? Diese Zombies Machen nichts als Blödsinn Ich bin Klitschko Ich mach Eiszaufe kaputt Hallo Ah Ich werde, ich krieg jetzt einfach runter Und erfroren Na toll Weil ich zu behindert war Durch ein Kabel vorbei zu rennen Und ich mach jetzt Pause Na gut, äh, wir sind jetzt Wieder hier Oh, ne Das mach ich gar nicht Ach, hm Warum geh ich da hoch? Ach so, ja Jetzt müssen wir wieder hier die Tür zu machen Sie ist am Schließe dich Äh, nun ja Sie ist am Schließe dich Hallo Oben Unten Oben Hm Ne Ne Sag bloß Nein Ah, zum Glück Okay, wir müssen das nicht nochmal machen Geht die Tür mitten vor meiner Nase zu Unglaublich ist das hier Unglaublich Löch Ähm Ja Was müssen wir jetzt machen? Das hier? Das Macht glaub ich nur die Lampe an, oder? Yep Hm Aha Postkarte Na gut, die haben wir schon gesehen Ach ne, jetzt wird nur ihre Folge quatsch Äh Keine Munition Na gut, deine Medi-Waffe, die ist eigentlich auch ganz gut Warten Sie Jetzt wird nur meiner Stimme Äh Du führst es bis zur Zeit Äh Und dafür Nein, 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 nein Fuck Ich frage mich, wie ich so oft ich den Ladebildschirm in diesem Let's Play schon gesehen habe Zehnmal mindestens Zwanzigmal glaub ich eher nicht Also 15 Mal Ungefähr Ich hätte speichern sollen Ich hätte speichern sollen Na gut, erstmal nachladen das ganze Zeug Lade schneller Hm, die haben keine Munition mehr Welche Waffe wollen wir denn nehmen? Ich glaub wir nehmen mal die hier und dann wechsle ich zu der Nein, nicht zu der Nicht, auch zu der Nein Zu der Dann nehmen die und dann zu der La, bla, bla Monster, komm her Ich mach dich fertig, Alter Ach, verdammt Nein Ich hab mal wieder falsch gewechselt Wo ist der? Headshot Boah, das ist zwar aber knapp Ja, ich werde nicht sterben Nein, nein, nein Ich kann die Nutte vergessen So Gieß nichts Mh, erstmal alles nachladen Wir können währenddessen die Treppe runtergehen. Na, jetzt. Hä? Ich bin zu behindert. Viel Spaß. So. Ah ja, da liegt jetzt eine Waffe. Du hast deine Waffe liegen gelassen. So. Wie gesagt. Diesen Ort will ich nie wieder sehen. Jetzt hier noch. Okay. Neh mir wohl. Ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Verschissenen Ort. Verschissenen Ort. Verschissene Tür. Na. Verschissenes Monster. Keine gute Idee, mich hier anzugreifen. So. Und jetzt speichern. Okay. Oh, hi. Nein. Keine Monitor. Ich mitte dich um. Okay, du bist nicht ganz so schlau. Das war sogar dumm. Das war sehr dumm. Aber er ist tot. Was macht ihr da? Hallo. Ja. Ich glaube, ich nehme... ...diese Waffe. Weil die anderen keine Munition mehr haben. So. Magazine. Gut. Jetzt können wir wieder... ...diese Waffe nehmen. Aber die laden wir auch noch gleich nach. Damit wir es nicht mitten im Kampf machen müssen. Oh Mann. Wir müssen uns wärmen. Sehe ich gerade. Hm. Gut. Hier ist schon wieder der Dummbatz. Wie wollen wir den jetzt besiegen? Ah, das ist er. Okay, ich geh. Ich geh. Ich geh. Ich geh. Mach, was du willst. Ich geh. So. Hier wärmen. So. Ich kämpfe doch nicht gegen den, wenn ich kein Leben mehr habe. Oder wenn mir scheiße kalt ist. Was hat Dennis gemacht? Dummbatz. So. Mal schauen. Okay. Äh. Ja. Okay. Nehmen wir mal die andere Waffe. Diese Visierwaffe. Die ist hier auf diese Distanz. Distanz. Ganz gut. Lebt er noch? Okay. Ähm. Ja. Ich glaube, wir wärmen uns zuerst nochmal. So. Und dann werde ich nochmal das speichern. Denn ich mach ungern dieselbe Scheiße nochmal zweimal. So. Hier werde ich speichern. Auch wenn wir jetzt dann mehrere Fluchtschwiestände haben, ist mir auch egal. So. Sammeln wir erst einmal die Muni ein. Und wir da wieder kommen. Nö. Ah, hier geht's lang. So. Wie machen wir? Okay. Okay. Ach. Du hast deinen Bruder hier gewollt. Na gut. Ja. Ich hab deinen Bruder getötet. Bist du jetzt wütend? Hä? Ja. Was machen wir denn jetzt? Wir gehen einfach weiter. Das kann mir... Wobei... Ha. Ach. Endlich Ruhe hier. Diese Ruhe. Richtig entspannt. Besser dieses... Wo geht's denn jetzt lang? Geht's lang, ne? Ah. Hehehe. Schauen wir mal. Vielleicht geht's hier lang. Wah. Langsam nervt er mich. Oder ihr allgemein nervt mich. Diese Monster mag ich gar nicht. Seht ihr? Diese Monster mag ich überhaupt nicht. Denn die sind scheiße. So. Bam. 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 Und ich mach mal kurz Pause. So. Hier bin ich wieder... Oh. Moment. Ich muss mein... Ding... Headset holen. Wieder anmachen. Okay. So. Ja. So kann man alles dafür auch wegmachen. Einfach dort knallen. Und warum ist hier jetzt die Tür offen? Nicht duschen wieder. Er rollt wohl gerne. Puzzlebaum. Nein. Der weg. Ich hab dich gewarnt. Wer nicht hören will, muss fühlen. Verdammt. Aha. Ist von ohne Verschwendung. Ich weiß. Aber ist mir egal. So. Hier geht's auch lang. Unten geht's allerdings auch lang. Oder? Nö. Doch. Nö. Nö. So. Hier geht's nach unten. Jetzt kommt, glaube ich, das nächste Level. Dann kann ich mich noch ändern. Heno kommt zurück. So. Was ist hier? Verdammt. Egal. Gehen wir hier weit. Nein. 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 Ich renne jetzt weg von dem. Ihr habt keinen Bock gegen den. Zu kämpfen. Wo ist er? Da ist er. Ja, wo bin ich? Der findet uns nicht. Der findet uns nicht. Er hat uns gefunden. Der Patronik da rum. Als ob ihm alles gehören würde. Als ob der der Boss hier wäre. Boah. Boah Konstrictor. Hahaha. so und jetzt hat er irgendwas ausgelöst dass wir weiter können ich glaube wir müssen das wieder aktivieren dann ist das hier offen allerdings ist hier das ding wieder in gang okay hier geht es weiter okay ab jetzt ist der level ja ich glaube das überspringe ich lieber ihr wollt das glaube ich eher nicht sehen gut dann bis gleich ich